willkommen bei dem minecraft show von dem server wir sind hier gerade noch in meinem haus ist nicht groß ist auch nicht besonders schön wir gucken uns einfach mal den keller an schnell und dann ja also hier habe ich noch meine meine ofenwand und hier sind meine ein lagerdinger sondern gibt es noch eine etage und hier ist die nähter truhe und das nähter portal und da ist auch schon der der mitmacht das ist der jannis wie immer warum ist der name weg also weil ich f1 modus bin da unten sind die scheiß drohen die kenne den kenne ich gar nicht den raum alles drin steht auch noch hier sind die werkstoffe drin und so jetzt gehen wir mal in dein haus jannis und also das hier ist das haus ist nebenan direkt hier noch mal ganz mal umgehen da sind auch ein paar creeper köpfe joa ok jetzt gucken wir uns noch mal eben schnell hier das andere an hier ist noch ein kleines gewächshaus also jannis gewächshaus ist hier noch da sind unsere pferde also das hier ist meiner das ist der tripper das hier ist der von jannis der geile hengst das ist das letzte einhorn von dem meister alles der ist auch da hinten irgendwo keine ahnung wo er dort ist das hier ist karl heinz von nico der macht übrigens auch einen kanal auf der wird hat james heißen könnte ja meinetwegen da mal vorbeischauen ist jetzt auch egal wir gehen jetzt einfach mal hier lang hier ist unser krater wenn ich unser wollen wir nicht erstmal machen wir alles nacheinander doch hier ist unser krater sieht aus werden meteorit eingeschlagen das ist ein weg zu einer schönen mine rennen wir mal eben schnell hin hier steht die grube die kann man runtergehen darauf haben wir jetzt aber keinen bock drauf okay dann rennen wir mal eben noch mal richtung dorf wir wollen ja alles zeigen alles angucken alles mal sehen gut dann dass das im brunnen übrigens also falls ihr euch als falls ihr euch wundert warum steht hier eigentlich einen enchantment table mitten in der gegend rum und warum ist er nicht mehr da drin kannst du ja mal weg machen kurz dort lange wegen ist dauert lange weg weil er aus obsidien ist das ist ein kleiner käfig also mit hunden und das hier soll ein freibad sein also einfach nur zum picknick machen und chillen das haben wir gebaut also jannis und ich und da läuft eine spinne und da ist auch direkt mal der nico drin da bisserl ja jetzt sogar in ungespielt video mal drin gewesen also keine ahnung soll das eigentlich sein die auf dem boden keine ahnung habe ich nun wieder gehen ja genau hallo und das hier ist kaios hallo ja und um das hier ist dieser garten oder der der park von unserem dorf immer so lang gehen mit schönen lampen und den bürken kann man sich schon auch hinsetzen und schön die farben die gerade nicht ja vor allem ist bedingst wurde und die bäckerei lenzens ist auch natürlich da da gibt es brote und donuts so und hier steht auch meistens immer die dicke verkäuferin von dem brötchen ok und hier liegen pfeile und knochen so und das hier ist auch noch ein haus wird vor kurzem noch gebaut ist nicht komplett eingerichtet also gucken wir uns einfach mal so an ja ja hier unten gibt es nicht viel warum liegen überall brote rum nico hör auf damit so und das und das hier ist so ein ja jung das hier ist so ein schlafzimmer hier kann man hat man schön ausblick da hinten auf den stall für die pferde und auf jannis und mein haus ja was zum teufel hört mal auf mit der um zu spielen das ist ein bisschen störend wer schmeißt denkt immer die brote rum nico und das hier das ist ein kleines jagdhäuschen also da sind immer die jäger drin am sitzen und schießen dann schafe oder zombies oder creeper ab und ja gehen wir mal nikos haus rein so auch schönes bild hier hat er seine sachen drin seine tun so seine ofen von deutsch und da hinten ist so ein schönes freibad für die hühner man kann mit denen also die legen dann immer eier und warum ist hier überhaupt ein huhn ist das undicht oder warum ist hier nun ja hier ist ein huhn ja hier ist ein huhn hier unten hat das jemand mit der faust geschlagen oder so keine ahnung das ist bestimmt hier durchgekommen und hier lagern wir dann unsere eier drin hier mache ich mal hier rein so fertig und dann haben wir hier unseren schlund er wurde auch lange nicht mehr weiter gebaut und hier war eigentlich immer ein schwein und nico hat das eben umgebracht hier geht es dann weiter runter und da unten gibt es noch ähm da gibt es noch äh diamantenhöhle und so und hier gibt es auch noch was überall öfen und ein paar werkbänke okay äh jetzt gucken wir uns mal die farm an genau so da laufen wir auch nö ich muss jetzt essen naja klar so lecker lachs ist auch mein lieblings essen lachs ist einfach nur geil so da rennen wir eben hin mit vollspeed so äh man kann wenn man hier in das haus geht kann man mit einem schalter mal eben das ganze feld aktivieren machen wir auch direkt mal dann wird das alles geflutet warte mal ich gehe da mal oben drauf wird das halt alles geflutet und dann ähm werden halt die ganzen sachen die da auf dem feld sind werden dann da runtergetragen und werden dann hier nach unten gebracht und hier drin lagern wir das warum ist so ein schwert drin aber egal ähm dann gucken wir uns noch mal die achterbahn an die haben ja viele schon gesehen hier sieht man auch ganz deutlich in der luft darauf gehen wir auch direkt mal drin da gehen wir auch mal direkt drauf gut ähm da gehen wir mal eben hin hier genau so klatsch haben wir alles im äh überlebensmodus gebaut so geht mal weg ich will nicht dass die lore verschwindet klatsch gut haben wir alles im überlebensmodus gebaut war auch relativ schwer haben wir auch ein bisschen Zeit für gebraucht und ja ist ein bisschen laut ne ich mach das mal ein bisschen leiser warte mal alter jones so geht klar ok ja hier sieht man das nochmal ganz deutlich hier über dem dorf sehr schön finde ich das auch drüber gehen ok dann warten wir mal bis man hier durchgefahren ist alter wir haben uns umgebracht 8 m 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 Prozent ja ich hab einfach mal kein Bock mehr drauf weil es einfach mir zu lange dauert mit dem Hochladen und so Prozent also drei Tage lang dauert das bei mir weil ich so eine geile Internetleitung habe mit meiner geilen Kirche vor der Tür was war das denn gerade okay und Prozent ja dann würde ich würden wir uns mal verabschieden für dieses Video falls euch dieses Video gefallen hat dann schreibt doch einen Kommentar und vergisst wir werfen nicht falls euch dieser Kanal gefällt auch die Let's Plays die auf dem Kanal gemacht werden könnt ihr doch ein Abo da lassen das war's bis dann schön die Kauf ging und haut rein